Hallo! Manche haben es vielleicht schon mitbekommen, der Wendler ist vor einiger Zeit in die USA ausgewandert. Viele haben gehofft, dass er dann auch endlich mit der Musik aufhört. Doch weit gefehlt. Dies ist seine jüngste Single. Wenn die Feuermelder brennen, dann regnet von der Decke, trinken Brause mit Fischschaum. So, erste Frage. Wann brennt eigentlich ein Feuermelder? Und zweitens, sollte man da noch saufen? Ich glaube nicht. Doch der Wendler hat einen super Tipp parat, wie man sich im Falle eines Feuers retten kann. Und zwar so. Unsere Rettung ist der Küchentisch. Spitzenidee. Ich hoffe, es hören keine Kinder zu. Und in diesem Lied verrät der Wendler auch, wie er sich in Gesellschaft verhält, wenn er verschwitzt ist. Mir lassen Perlen im Gesicht. Berühre ich fremde Region, ob ich es will oder nicht. Er berührt fremde Region, ob er will oder nicht. Das ist übrigens strafbar. Und zwar laut § 177 Strafgesetzbuch. Und der Wendler begründet auch, warum er sowas macht. Weißt du was? Ich sehe nur dich. Darum merke ich auch nichts um mich. Ja, dass der nichts mehr merkt, glaube ich sofort. Ja, Dr. Paul.